Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Destiny 2. Wie ihr seht sind wir genau da wo wir aufgehört haben. Natürlich moven wir jetzt wieder weg. Hier haben wir ja absolut niemanden. Was ist das denn? Baum der Wahrscheinlichkeiten. Halte eine durchgedrehte Armee der Rotlegion im Immerforst auf. Kooperativ, Spielersuche. Okay. Was ist das? Eine Gartenwelt. Hilfe Osiris. Blablabla. Okay. Okay. Wir werden aber jetzt in dieser Folge die Story spielen. 330. Ich meine so schlimm wird es schon nicht werden. Starten das jetzt einfach. Und in der nächsten Folge dann wahrscheinlich PvP und dann wieder Strike. Und immer so weiter. Weil ich möchte natürlich auch die täglichen, die Dailies und sowas machen. Also offline wollte ich jetzt nicht mal. Ich wollte darauf auf jeden Fall eine Folge machen. Damit ihr das immer schön verfolgen könnt. Aber muss ich gucken. Streamen kann ich ja leider gerade gar nicht. Sonst würde ich immer eine Folge machen über die Story. Und dann im Stream die Dailies mit euch zusammenzocken. Aber naja. Ob das nochmal so passieren wird mit dem Anbieter. Das weiß ich natürlich nicht. Problem besteht natürlich immer noch. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an was hier passiert. Das ist mir aber unangenehmig. Kannst du mir eine Waffe brauchen? Nein. Aber eine Kugel habe ich. Mit deinem Namen drauf. Jede Sekunde stürmt mein Partner rein. Tret die Tür ein. Und kürt jeden Einzelnen von euch. Und du, mein Freund. Das wird wehtun. Sehr weh. Letzte Worte. Wie geht's deiner Schwester? Ich wollte es bis jetzt nicht wahrhaben. Aber scheinbar ist mein Lieblings-NPC Tod. Gefängnis der Alten. Zuvor. Petra Venge. Danke für die Einladung. Was brauchen wir denn für die Party? Na, das Übliche. Oh, mach doch mal. Ernsthaft. Guck mal. Finde ich jedes Mal wieder krass. Mach nochmal. Später. Vielleicht. Die Insassen gehen die Wände hoch. Zum Glück sind die Hauptarena und die unteren Ebenen noch gesperrt. Aber wenn das Kernsicherheitssystem versagt, wird die Eindämmung ein... Problem. Ein ganz normaler Tag im Büro. Okay, Partner. Das ist ein K-Drift in sechs. Guck mir genau zu und versuch mitzuhalten. Dann auf ins Gefängnis. Der Typ ist einfach nur geil. Oder war geil. So. Jetzt können wir glaube ich wieder jegliche Waffe benutzen. Okay. Schlag den Aufstand nieder. Sollte es diesen Mördern gelingen auszubrechen, überrennen sie das Ref. Okay, dann teilen wir uns auf und schalten sie aus. Und eins und zwei und drei. Alter. Wie ist denn das jetzt explodiert? Hier steht ja noch nicht mal irgendwer. Oh, die Pflicht des Hüters. Das ist Beutezug abgeschlossen. Ich glaube, das war einfach nur diese 150 Gegner da umblatzen, wa? Die haben diese Kärle überhaupt Kanonen in die Klauen bekommen. Komm, du auch noch. Komm her. Na, was ist das denn für ein Schätzeleiner? So. Baby. Geil, der backt da noch rum. Bester Typ. Gott sei Dank, das hat das Ding hier Clusterbomben. Und Schiss. So, zwei Schuss haben wir noch. Aber da vorne gibt es auch nochmal ein paar Schüsselein. So. So. Boah, alter Schwede. Ist das Tierpereas? Hey, wer veranstaltet da Explosionen ohne mich? Ich schaue mir die Explosionen mal an. Kommt dazu, wenn ihr könnt. Natürlich. Je schneller, umso besser. Durch die Explosion wurden noch mehr Zellblöcke aufgesprengt. Ach, du Scheiße, ey. Ein Knast, wo alles mögliche ausbrechen kann. Ich stehe auf Feldeinsätze. Die Explosion hat die Sicherheitsanlage auf den unteren Decks außer Gefecht gesetzt. Ich sehe mal nach den Hochsicherheitstraktinsassen. Du und Kate geht zur Sicherheitsanlage. Seht zu, dass ihr sie wieder zum Laufen bringt. Okay, ich denke mal hier lang, oder? Ich lasse dir nicht in die Sicherheitsanlage reinlatschen. Ich gehe nach oben und du nach unten. So. Boah, ist aber eine sehr, sehr geile Impulswaffe. Ohne Spaß. So, ich brauche unbedingt den Kopf. Diesen Faltenkopf immer noch, ja. Oh, ein Gladiator. Ach, die Insassen kämpfen auch gegeneinander, ey. Verrücktes Volk. Ihr seid hier zusammen eingesperrt. Wenn ihr jetzt zusammen arbeiten würdet, würdet ihr hier viel besser rauskommen. Was haben wir da? Aber es ist gegen deren Natur, schätze ich mir. Okay. So, oder? Da. Hä? Ach, es war auf C, nicht auf X. Boah, ich drücke die ganze Zeit X und frage mich, warum ich mein Messer nicht werfe. Ja, komm. So. Okay, langsam aber sicher sollte ich ein bisschen Saver sein. Okay, den knallen wir gleich schön mit dem Ultimate weg. Oh, nein. Menschenskinder noch eins, ey. So. Ah, so stark ist der gar nicht. So. Oh, diese geilen Sprüche, ey. Und die wird es bald nicht mehr geben. Leider. Die ganzen Zellenblock hier. Ich möchte anmerken, dass ich den Spaß meines Lebens habe. Ja, und dann bringt irgend so ein Möchtegern-Spack den um, ey. Ich hoffe, ich muss hier überhaupt lang. Yay, Level 31. Okay, ich muss weitergehen, alles klar. Geil, und direkt wieder Ultimate ready. Geil. Das Ding läuft einfach durch das Feuer durch. Ich muss ihm aber trotzdem den Gnadenschutz quasi verpassen. So. Dich nehmen wir auch noch mit. Aller oben. Oh, shit. So. Ja, natürlich warst du das. Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Ach, komm schon. Immer ihr, ey. Ihr seid doch eh schon am Brennen. Scheiß schade, ey. Ich will unbedingt dieses Mount haben, ne. Weißt du, da spielst du das Spiel erst wieder seit kurzem und dann gibt es da noch so ein geiles Weihnachts-Mount. Ich meine, ich habe viel Negatives gelesen. Nö, das passt nicht, das passt nicht. Oh, shit. Oh, shit. Komm, Baby. Schnuckelchen. Bam. Mehr kommt hier nicht, oder? Doch, da kommen noch ein paar. So, sonst aber nicht, ne. Gut. Wo ist denn der Dudel? Ah, da vorne. Komm, treff. Nein, voll daneben. Jetzt aber. Bam. Ha. Ausgerottet. Du kein Nickel-Schwende. Oh, da kommt noch was. Vielleicht hier. Oder ist das in den Zellen drin? Ah, da. Bin ich einfach nur dahinter versteckt. Gott sei Dank sind die Viecher, die da rumfliegen, keine Gegner. Ne, könnten sie ja quasi auch sein. So. Verstanden. Hier unten ist der Saft ausgegangen. Ich muss also den langen Weg zum Hochsicherheitstrakt nehmen. Hier ist der Saft natürlich nicht ausgegangen. Das war nicht Teil des Plan. Vergiss es. Das ist definitiv der Plan. Wir sehen uns beim Sicherheitsstrakt. Wie geil. Ey, da spielen die den nochmal so richtig gut auf, weißt du? Und dann lassen die den sterben. Ich hoffe immer noch inständig, dass das ein Scherz war. Dass der den nicht abknallt. So. Ey, die Ulti, ne? Die ist ja so fucking schnell ready. Das ist der Sicherheitshand, wann das Gebiet erstmal aufbaut, bevor wir reingehen. Äh. Ah. Dann knallen wir den doch gleich. Heilige Scheiße. Nee, das war die Pumpkan. So. Den noch schnell aufräumen. Oh, scheiß Psyons da, ey. So. Boah, Alter. Wer schießt mich da von da hinten ab? Der ist doch jetzt tot, oder nicht? Irgendwo ist noch einer mit Rockets. Komm, geh kaputt. Danke. So. Erstmal wieder Muni einsammeln. Hier ist zwar nichts Lillanes. Ob der ist echt abgehauen, ne? Da war nicht nur ein Psyon, den hab ich nämlich gesehen. Das hört sich eklig an, was da drin ist. Ach so. Erstmal schön die Konsole scannen, wa? Wir brauchen hier Freigabe auf Aufseher-Level, um die Tür zu öffnen. Kate? Wird erledigt. Bleib dran für die Beförderung. Ach so. Skate. Wie ist denn der da reingekommen? Systeme gesäubert. Ach, leckt mich. Wir brauchen mehr Geschenke. Also ich geh mal davon aus, dass wir das hier kaputt sprengen müssen. Ja. Okay, scheiß auf Zielen. Hier war noch irgendwer. Ne. Wie komisch, die laufen, Alter. So. Muni einsammeln. Wichtig. Scharf Widerlichkeit beseitigt. Jetzt sollte es hochfahren. Nicht vergessen, die Zwischenspeicher zu löschen. Ja, klar. Eine Frage, wie stelle ich das an? Drück einfach den roten Knopf. Die sind alle rot. Dann drück halt alle. Wie geil. Und drei Dinger gesäubert. Zupi. Keine Sorge, wir packen das schon. Zieh dein Ding durch. Kriege ich extra für Granaten-Kills dieses Material oder war es da kaputt? Ich hoffe, die kommen nicht die ganze Zeit nach. Sonst müsste ich mich nämlich auf was anderes konzentrieren. Und zwar auf das da. Okay, die kommen nach. Alles klar. So, den haben wir auch. Immer schön erst die kaputt machen, damit die sich gegenseitig umbringen. So. Eins fehlt, glaube ich, nur. Oh, ich habe keine Zeit. So, das ist da vorne. Müssen wir noch umklatschen. Alter. Jungs. Ich habe echt keinen Bock, jetzt noch zu verrecken. Okay. Sind doch nicht die ganze Zeit nachgespawnt. Das war einfach nur ein paar Wellen. Alles klar. So. Delos Munitionos. Oh mein Gott, das ist ja echt kaputt geschossen. Jetzt fragt es mich noch nach einer zweiten Aktivierung. Draußen auf den Stegen sollte es ein Terminal geben. Ich würde hier mitkommen, aber angeblich gibt es hier Geschütze und die will ich ausprobieren. Übrigens, du und ich geben mein Modus Team ab. Ich halte dir die Tür auf. Hier will ich ausprobieren. Ich schätze jetzt einfach mal stark, dass die Geschütze auf meiner Seite sind. Hey du, was hältst du von meinen neuen Kanonen? Oh, Items, Items, Ilov, Items. Wir räumen dir bald einen Weg zum Hochsicherheitstrakt. Verstanden. Boah. Ah, natürlich, von der anderen Seite auch noch. Glückwunsch, ey. So. Wahrscheinlich spawnen hier jetzt auch wieder vorn und hinten weg, oder? Oder auch nicht. Wie der guckt, ey. Ich weiß jetzt nicht, ob mit der Ulti war, aber glaube ich, dass wir Gegner da töten müssen. Aber dann sollte ich vielleicht eher gleich, wenn wir Strikes machen, zumindest in der nächsten Folge, wenn wir Strikes machen. Dann sollte ich vielleicht Arcus wählen. Weil mit dem hier kann ich immer nur drei Stück töten und ich muss, glaube ich, zehn töten. Dann kann ich mit Arcus direkt irgendwo reinspringen und quasi alle vernaschen. Weil der hier ist ja eher der Revolver, den finde ich eher so Boss-mäßig. Also der ist für Bosse extrem gut. Und Arcus halt haut in der Fläche halt mega rein, ne? Aber auch beim Boss. Oh, ich weiß nicht. So. Nee. Ach du Scheiße. So. Okay. Ja, komm, lad nach. Er hat nichts mehr. So. Ja, dich nehmen wir auch noch mit. Boah, okay, das war doof von mir. Ach, ich werde von oben auch noch erschossen, okay. Springen wir runter? Scheiße. Ich habe echt keinen Bock gerade zu sterben, aber ein Mikro. Da kratzt man sich gerade mal an der Nase, ne? So. Ich stehe vor einer geschlossenen Tür. Gibt es Updates für mich? Ah, das ist Terminal. Ja, dein Update ist, dass wir dich jetzt rescuen werden. Ich werde die Sicherheitssysteme hoch. Beziehungsweise eher durchlassen. Gerettet werden musste ja nicht. Die scheint ja ziemlich krass zu sein. Bei dir alles gut, Petra? Ja, betrete jetzt die unteren Ebenen. Ich check mal ein paar Sachen und dann machen wir... Aha, mit V, alles klar. Solange du die nächste Runde schmeißt. Oh. Durch. Nice. Sogar diesmal genau pünktlich. Zwischen 20 und 30 Minuten, wie ich gesagt habe. Wir haben ja mal gründlich aufgeräumt, Kinder. Döner für alle. Döner für alle. Sieht ziemlich gut hier unten aus. Muss nur noch eine Sache überprüfen. Was ist nicht so einfach, dass hoch nach mir ist. Hochsicherheitstrakt wahrscheinlich. Gehen Sie Ihr Weg nach draußen, so weit unten. Sie brechen aus. Nicht, wenn ich zuerst ankomme. Das ist ja bekloppt. What the ffff. Alter. Oh, der ist echt dabei gestorben. Also, geistmäßig gestorben. Hast du das gesehen, Petra? Obwohl die Funkrelais mit dieser spektakulären Landung zerfetzt. Unheilvolle Musik, bitte. Okay, ihr hübschen, zurück in eure Käfige. Ich sagte, zurück in eure Käfige. Der Typ ist einfach so geil. Ja, das ist schwer. Entschuldigung. Ach du Scheiße. Das sind aber auch echt scheiße viele Viecher. Was hat das denn für eine geile Special? Das reicht. Jetzt bin ich stinkig. Ah, wie das aussieht, das Teil. Bisschen was von Silent Hill, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die haben den Geist von ihm zerstört. Deswegen. Ich komme nach Hause, Ace. Ich komme nach Hause, Ace. Kate. Ja, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Hier sind mindestens 20 Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Und ich kann Kate nicht erreichen. Petra auch nicht. Was haben wir da bekommen? Eine Handfeuerwaffe. Ja, besser als eine Schrotze. Gut. Wie sieht es denn mit den Dingern hier aus? Kann man die dann eigentlich abgeben? Ist das dann annehmen? Ah, alles klar. Meilenstein aktualisiert. Kehre zu Tess Everest im Dorm zurück. Alles klar. Besuche Bruder Vance im Leuchtturm. Gut. Was haben wir eigentlich noch? Was ist das? Ja, okay. Ich schließe ein Gambit Match ab. Vanille Schwerter und Alexi Vogelfutter. Das gucken wir jetzt noch eben, bevor wir die Folge beenden. Entdeckte Rezepte. Meisterwerk Festsofen. Alle Rezepte müssen entdeckt worden sein. Okay. Komische Kekse. Quarkbällchen, Schokoschiff, Alexi Vogelfutter. Kombiniere die richtigen Zutaten um diese Leckerei. Okay. Ja, fehlen uns aber ein bisschen was. Außerdem müsste ich sowieso mal die Rezepte nachgucken, damit ich den Mist überhaupt herstellen kann. Und ich hier so ein bisschen random am rumbacken bin. Backe in Evas Festtagsofen schmackhafte Leckereien. Sechs Stück. Ja, schmackhafte Leckereien ist gut. Wir haben ja bisher nur das hier gebacken. Verbrannter Randtransit. Bringe diese beliebte Leckerei zum Meister Rahol im Turmhof. Durch sie erhältst du keinen Fortschritt für Triumphe, Beutezüge oder Quests. Na super. Oh, kann man öffnen? Brandengramm, Brandengramm, neues Schiff, neuen Geist. What the fuck? Was geht da ab? Ganz viele Brandengramme gefunden. Also bekommen, nicht gefunden. Alles klar. Wer sind das eigentlich? Achso, das waren ja die mit den Strikes. Arcus Kills, hast du nicht gesehen. Explosionskills, Gefallene besiegt und ein Gambit Match. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn wir mal ein Gambit Match ausprobieren. Tschau mit Y.